Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. So, ja, ihr habt mir ganz ganz viele liebe Kommentare hinterlassen und das war echt cool. Also ihr mögt die Sprache scheinbar jetzt schon, so wie ich sie mag. Ja, und deswegen machen wir direkt mal weiter. Ich würde allerdings sagen, bevor wir hier mit Variablen anfangen, zeige ich euch das Print. Ansonsten kann man logischerweise Variablen nur relativ schwer irgendwie sich angucken und dann sind Variablen ziemlich langweilig. Aber dieses Print kennt ihr ja eigentlich schon. Und zwar haben wir hier vorne, also wenn wir was ausgeben wollen auf der Konsole, sieht dann übrigens so aus. Dann, ja, brauchen wir hier dieses Println, dann Ausrufezeichen und dann eine Klammer auf. Und hier drin steht dann das, was ausgegeben werden soll. Am Ende wieder die Klammer zumachen. Das bedeutet, wir schließen das Ganze hier und am Ende könnt ihr ein Semikolon machen, müsst ihr aber nicht. Also mir ist es persönlich mit Semikolon lieber. Ich komme allerdings aus dem Java, C Sharp Bereich. Für die Leute, die eher Python machen oder, ja, solche Sprachen lieber haben, die können auch einfach das Semikolon weglassen. Funktioniert genauso. Ähm, ja. Aber wenn wir ein bisschen was Komplizierteres ausgeben wollen als nur ein Hello World oder sowas, dann reicht uns das hier schon wieder nicht. Und wenn wir jetzt irgendwelche Zahlen oder sowas ausgeben wollen, die wir nicht direkt reinschreiben wollen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel 42 Hello World ausgeben, das ist kein Problem. Aber wenn ich später mal irgendwas ausgeben möchte, was sich vielleicht verändert. Also ich definiere was und dann wird es vielleicht vergrößert oder verkleinert und es ändert sich. Oder es wird häufiger benutzt, dann brauche ich irgendwas, was ich extern reinmogeln kann. Und dazu habe ich diese komischen geschweiften Klammern hier. Und wenn ich jetzt hier hinten dran, also wenn ich hier rein jetzt diese geschweiften Klammern einsetze, dann kommt hier hinten dran einfach ein Komma. Und dann kann ich hier rein schreiben, was da in diese geschweiften Klammern eingesetzt werden soll. Das heißt, statt diesen geschweiften Klammern steht nachher was anderes da. Zum Beispiel 42. Und wenn ich das jetzt alles starten möchte, ähm, ja, dann muss ich ein bisschen den Umweg gehen. Also hier rüber habe ich immer diesen Fehler, ähm, das ist ein bisschen blöd. Ähm, wenn ihr den auch kriegt, es macht nichts, ihr könnt es einfach ignorieren. Wir gehen hier auf Build und dann Rebuild Solution, weil wir wollen ja, ähm, neu erstellen sozusagen. Ihr könnt hier auch einfach auf Clean und dann Build gehen, je nachdem. Aber Rebuild Solution ist eigentlich immer das, was wir wollen. Und danach führen wir aus mit Steuerung F5 und sehen hier diese 42 Hello World. Und ja, jetzt haben wir eben diese 42 hier vorne eingefügt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, und ja, jetzt können wir hier hinten dynamisch irgendwelche Sachen reinschreiben, die sich dann vielleicht auch ändern. Ich kann natürlich hier auch einfach dieses, äh, Print Line nochmal benutzen. Und kann hier dann irgendwas anderes eingeben, zum Beispiel 1337 oder sowas. Ähm, ja genau. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, mehrere Sachen hier hinten dran haben möchte, woher weiß ich dann, welches welches ist. Zum Beispiel habe ich jetzt hier noch eine Klammer, ähm, und die sagt mir, okay. Ich mache das hier oben gerade mal wieder weg, das brauchen wir nicht. Ähm, wir haben hier ein Print LN Ausrufezeichen, also dieses Print Line. Und dann haben wir hier aber zwei Sachen. Also einmal hier vorne die Klammer und einmal diese Klammer hier. Woher wissen wir jetzt, ob die 42 vorne reinkommt oder hinten? Und das ist ganz einfach. Ähm, wir sagen, okay, wir probieren es einfach mal aus und sehen, was passiert. Naja, eigentlich relativ easy. Äh, wir haben hier diese Klammer, Klammer. Und die bezieht sich einfach auf das Erste, was wir hinten dran reinschreiben. Also die Sachen sind übrigens mit Komma getrennt. Hier ist ein Komma, hier ist ein Komma. Zwei Komma sind, äh, ja, zwei Kommata, um genau zu sein. Äh, ja. Und ja, hier haben wir eben diese geschweifte Klammer auf und zu. Und da bezieht sich das Erste Element drauf, hier ist das Zweite. Und wenn jetzt hier noch ein Drittes kommt, dann wäre hier eben dieses Dritte Element. Können wir mal machen. Aber, was wir jetzt machen, ist, wir schreiben hier hinten dran nichts Drittes. Wir tun einfach so, als hätten wir, ähm, schon was dastehen. Und dann kommt direkt ein Fehler. Wir können es nicht mal kompilieren. Das ist das Geile an Rust. Ihr habt eigentlich fast keine Möglichkeit, dass euer Programm abstürzt am Ende. Weil, ähm, ja, es irgendwie cool ist. Illegal characters in Path. Und dann habt ihr hier unten, wenn ihr Glück habt, ähm, noch eine detailliertere Beschreibung von eurem Fehler. Hier steht's, ähm, als Warning. Note in this expansion of print oder println. Ähm, ja, dann wisst ihr schon, was ihr gerade hier als Fehler produziert habt. So, was machen wir jetzt dagegen? Also entweder löschen wir das hier raus oder wir schreiben hier eben noch einen dritten Parameter rein. Oder wir sind ganz cool und sagen einfach, okay, ich möchte hier gerne das erste drin haben, äh, das erste Element. Wir fangen mit 0 an zu zählen. Wir fangen irgendwie immer in der Informatik oder mit Programmiersprachen immer mit 0 an zu zählen. Das heißt, wir sagen nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern wir sagen 0, 1 und dann ist erstmal fertig. Also, das hier ist das nullte Element. Hier kommt das erste Element rein und hier kommt wieder das nullte Element rein. Und wenn wir jetzt auf Rebuild gehen und dann das Ganze ausführen, dann sehen wir, okay, es hat funktioniert, es gibt keinen Error mehr. 42, hello, 1, 3, 3, 7, 42, world. Ja, ziemlich cool. Ähm, das heißt mit 0 in der geschweiften Klammer können wir den vorderen Teil hier das erste Argument ansprechen, mit 1 das zweite Argument und und so weiter und so fort. Also, wenn jetzt hier noch, keine Ahnung, irgendwas anderes steht, zum Beispiel Hi und Wooser, dann können wir die mit 2 und 3 ansprechen. Also, das ist alles kein Problem. So, wenn ich jetzt hier allerdings auf Rebuild gehe, dann sehen wir hier, kriege ich zwei Errors, nämlich Arguments Never Used. Das heißt, es sagt euch auch schon gleich, okay, was willst du mir damit sagen? Du hast hier was benutzt, aber du hast es eben doch nicht benutzt. Du hast es nur hingeschrieben, aber benutzt es niemals. Warum machst du sowas? Sei nicht so unnötig, spar Ressourcen und mach das weg. Und dann darfst du mich auch kompilieren. Und ja, wenn ich jetzt auf Kompilieren gehe, dann geht wieder alles. Okay, wir wollen aber noch ein bisschen weitergehen. Und ich möchte euch natürlich alle Facetten von Rust zeigen. Allerdings werde ich jetzt dieses Video nicht alles zu diesem Print unterbringen können, weil es halt relativ viel ist. Wir können nämlich auch noch ganz, ganz viel mehr machen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich lösche das hier alles mal. So, und jetzt sage ich hier, okay, geschweifte Klammer, Sinn des Lebens. Beziehungsweise halt, nein, stopp. Es ist nicht der Sinn des Lebens, es ist die Antwort. Und hier schreiben wir einfach mal Lead hin. So, und was es jetzt macht, ist folgendes. Bilden brauche ich eigentlich noch nicht, es kommt eh ein Fehler. Was es jetzt versucht ist, es sucht hier hinten dran die Antwort und Lead. Und das sind solche zwei Sachen, die hier halt hinten dran irgendwie definiert werden müssen. Und definiert werden die, indem wir einfach schreiben, Antwort. Also wirklich so, wie wir es da geschrieben haben, es muss eindeutig dasselbe sein, wie hier vorne. Und dann schreiben wir hier ein istgleich. Und dann eben das, was wir eingeben wollen. Also zum Beispiel die 42. Und hier hinten dran können wir schreiben Lead istgleich. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann funktioniert es auch wieder. Das heißt, ich rebuilde jetzt mal und führe wieder aus. Und jetzt steht hier plötzlich 42 und 1337. Das Tolle ist, ich kann die Dinger auch umdrehen. Oder, ja, ich kann eigentlich machen, was ich will damit. Ich kann die jetzt hin und her schieben, wie ich möchte. Also die Reihenfolge ist jetzt völlig egal. War sie übrigens vorhin auch schon mit dem 0 und 1. Aber jetzt bin ich selbst hier hinten dran mit der Reihenfolge völlig unabhängig. Das heißt, ich kann meine Variablen so definieren, wie ich gerade lustig bin. Wie sie mir in den Sinn kommen. Und muss dann nicht mal diesen Umweg gehen. Und jetzt sehen wir, wir haben es gerade umgedreht. Aber hinten diese Dinger, die wir hier definiert haben, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Das heißt, die Reihenfolge davon interessiert uns nicht. Ziemlich cool eigentlich. Und, ja, jetzt mache ich noch was anderes hier. Und zwar, wir möchten vielleicht mal nicht nur Zahlen ausgeben, sondern auch irgendwelche Sätze. Was war denn die Frage? So. Und wenn ich das jetzt bilde, funktioniert genauso. Das heißt, ihr gebt da einfach ein, was ihr gerade wollt. Und es wird ausgegeben, so wie ihr es hier geschrieben habt. Dieses Komma habe ich übrigens tatsächlich hier eingegeben. Also das ist nicht das Komma hier, sondern das ist das Komma, was wir hier gerade gesehen haben. Also nochmal, das Komma hier, was direkt hinter der 1337 steht, ist dieses Komma hier. Genau. Fancy Print Lines von Rust. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.